Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Beim letzten Mal haben wir verhindert, dass Kommissar Jode hingerichtet wird und wir werden jetzt versuchen, in Kapitel 9 ihn aus dem Gefängnis auszubrechen. Zurück in der Gegenwart liegt alles in völliger Dunkelheit. Ich kann sie nicht sehen, aber die Spannung in der Luft ist spürbar. Es herrscht Ausnahmezustand. Und das ist auch verständlich. Bei dem Stromausfall haben sich alle Zellentüren automatisch geöffnet. Und ein Todeskandidat irrt frei durch die Nacht. Ich habe getan, was ich Lynn versprochen habe. Ich habe die Hinrichtung aufgehalten. Aber der verurteilte Verbrecher ist noch in der gleichen Gefahr wie zuvor. Trickzeit. So, dann schauen wir mal. Wir können nichts sehen. Da sind sie anscheinend wieder beim Reparieren von dem Stuhl. Die Dunkelheit ist undurchdringlich. Aber sie kann auch unser Freund sein. In diesem Augenblick versteckt Kommissar Jode sich in ihr. Ich hoffe, dem Kommissar geht es gut in der Schwärze. Ich sollte ihn besser finden. Und zwar schnell. Er hat mir noch einen Rat gegeben. Ja, genau. Wir sollten zum Löffel. Greifen Sie nach dem Löffel, hat er gesagt. Was meint er damit nur? Gut. Ja, wir haben hier nur einen einzigen Löffel in der Nähe. Und das ist der hier oben. Deswegen gehen wir nochmal rein. Vielleicht wird er jetzt wieder zu Bewusstsein erlangen. Der Kommissar sagt, ich soll nach dem Löffel greifen, wenn ich zurück bin. Und da bin ich. Hm. Ah, ich glaube, der Kommissar hat wieder irgendwas da durchgespült. Und dadurch wird jetzt wieder wach. Die Glocke, ich sollte zurück. Wow, der ist sogar im Dunkeln sehr treffsicher. Hm. Puh, ich bin wieder da. Und zum Glück hatte einer seine Toilette gespült. Das war gutes Timing. Nun sollte ich die Dunkelheit nutzen, um Jode zu helfen. Aber erst muss ich ihn finden. Hey, der ist ja das Ding. Oh, oh. Es ist Heffling C74. Nehmt ihn in Gewahrsam. Swat-Teams. Also, eigentlich sind das die Aufseher mit Waffen und kugelsicheren Westen. Boah. Hm. Es gibt wohl Jäger in dieser Dunkelheit. Ich hoffe, sie haben Kommissar Jode noch nicht gefunden. Trickzeit. So. Oh, noch mehr Dialog. Es ist ganz schön dunkel, aber zum Glück gibt es keine Dunkelheit in der Geisterwelt. Ich kann mir das zunutze machen, um den Kommissar zu finden. Gut, dann suchen wir ihn mal. Gucken wir erstmal in seiner Zelle. Vielleicht verbirgt er sich da. Achso, ich kann einen Bilderrahmen öffnen. Hallo. Was ist... Ah. Hm. Was ist das für ein rotes Licht? Das ist das Gerät von einem Typen. Sieht aus, als würden die Augen dieser Jäger rot leuchten. Warum auch immer. Sind das so Nachtsichtgeräte oder... Haha. Da unten ist er wie so ein Rollmops. Sieht das aus. Sehr cool. Hm, diese Flucht wird nicht einfach. Plopp. Öffnen wir mal ein bisschen da drüben. Na, egal. Gehen wir erstmal zu Kommissar Jode. Wir können jetzt mit ihm hoffentlich reden. Ah, da sind sie. Ich habe mich schon gefragt, was ich tun soll. Haben sie die Toilettenglocke zum Leuten gebracht? Genau. Ich hätte noch eine Serviette haben liegen. Ohne das hätte ich es nicht hierher geschafft. Woher haben sie das gewusst? Ich habe ein paar Dinge über die Regeistertricks gelernt. Sie können oft sehr nützlich sein, aber manchmal eben auch nicht. Ich wusste, dass sie in der Fluchtkammer festsitzen, wenn das Telefon nicht geht. Also habe ich mir schnell eine Alternative überlegt. Eine Alternative, die den Löffel des Wurstkopfes und meine Serviette nutzt. Oh, der Kommissar ist gut. Wenn Sie mich das nächste Mal loben wollen, sagen Sie es ruhig laut. Jedenfalls ist es Zeit für eine Strategiebesprechung. Ein Fluchtplan, ha? Das könnte interessant werden. Dann mal los. So, reden wir mal über den Fluchtplan. Eines ist klar. Der Schlüssel zu meiner Flucht ist die Dunkelheit. Sobald es wieder Strom im Keller gibt, ist ein Ausbruch unmöglich. Also bewegen wir uns im Schutz der Dunkelheit, ha? Und da habe ich sicher keine Probleme. Aber ich fürchte, ich werde nichts sehen können. Sie müssen also die Führung übernehmen. Die Führung? Sobald Sie einen sicheren Ort gefunden haben, geben Sie mir ein Signal. Hm, okay. Ey, aber wie? Wir müssen still sein. Selbst wenn Toter eine Stimme hätten, müsste ich hier schweigen. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich habe eine Idee. Lassen Sie es uns probieren. Dann sehen wir, ob es klappt. Hm, der Kommissar kommt direkt zur Sache. Sogar schneller als Lynn. Wenn Sie mich finden, werden Sie wohl erst schießen und dann Fragen stellen. Aber wenn ich wieder sterbe, können wir von vorne anfangen, oder? Sagt er so fröhlich. Aber recht hat er ja. Eine Gefängnissicherheit. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber dies ist ein Sondergefängnis. Es gibt hier keine gefährlichen Verbrecher. Außer mir natürlich. Ja, ich habe gehört, dass das hier ein besonderer Ort ist. Und wegen dieses Sonderstatus sind Sie nicht auf alle Notfälle vorbereitet. Sie haben maximal vier verängstigte Sicherheitsleute. Hm, ich habe ein paar Jäger in der Dunkelheit gesehen. Das sind die Wachtmeister. Sie tragen Nachtsichtgeräte. Nachtsichtgeräte? Das sind spezielle Brillen, mit denen man in der Dunkelheit sehen kann. Wenn ich in Ihr Sichtfeld komme, ist alles vorbei. Hm, also müssen wir aus dem Sichtfeld der Wachtmeister bleiben. Führen Sie mich an sichere Orte. Ja, das finde ich eigentlich sehr cool an diesem Spiel. Es werden halt bestimmte Mechanismen genutzt. Zum Beispiel das Wiederbeleben. Und jetzt, gerade jetzt, wo es so langsam anfängt, alt zu werden, kommen neue Sachen. Das finde ich halt einfach cool, dass das Spiel halt neue Sachen auch noch bietet. Zum Beispiel jetzt eben diese Flucht aus dem Gefängnis, wo wir ihm helfen müssen. Eigentlich niemanden wiederbeleben. Außer natürlich, wir schaffen es nicht und er wird erschossen. Und jetzt zum Signal, das sie mir geben sollen. Oh ja, wie mache ich das? Ich war schon einmal tot. Ich weiß jetzt nicht, ob es da lang liegt, aber ich kann ihre Kräfte jetzt spüren. Sie, was? Sie sind jetzt in der Kurie, oder? Hm. Oh, ich bin meindruckt. Sie haben wohl einen sechsten Sinn. Ich glaube, es ist eher ein kommissariatorischer Sinn. Hm, das klingt irgendwie nicht ganz richtig. Die Details sind ja egal. Sehen Sie dieses Symbol hier? Ja. Ja, wo kommt das denn her? Ich habe auf einmal ein Symbol in meinem Blickfeld. Benutzen wir das als Signal. Und wie soll das gehen? Wenn Sie das Symbol berühren, kann ich es spüren. Dann gehe ich dort hin, wo Sie sind. Ein Beispiel. Wenn Sie sich zu diesem Löffel bewegen und das Symbol berühren, renne ich zu dem Löffel. Einfach, oder? Oh, in Ordnung. Beginnen wir den Fluchtplan in die Tat umzusitzen. Führen Sie mich. Aber ja, nur an sich rote Sessel. Okay, Trickzeit. Gut. Und das rote Licht. Das ist das Licht des Nachtsichtgeräts. Eines der Wachtmeister. Ich kann in dem Licht erkennen, wo der Wachtmeister ist. Und wenn Sie das nicht genau beobachten, sehen Sie auch, wo er hingeht. Sehr hilfreich in dieser Unkelheit. Passen Sie gut auf. Irgendwie ist das so ein bisschen wie Batman, die Stimme, die ich ihm gebe, oder? Batman. Naja, soll aber eigentlich nicht sein. Also, ähm, ja. Mir ist halt wirklich nichts Besseres eingefallen in der letzten Folge. Aber damit müsste er jetzt leben. Jetzt hat er diese Stimme. So, ich denke mal, die Koi dürfte ein sicheres Versteck sein. Ich gucke erst mal. Ja, der Typ muss woanders hingucken. Jetzt. Äh, ups, nein, nicht Trick. Das war der falsche Knopf. So, warten wir nochmal, bis er sich umdreht. So, jetzt rennen. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. So. Schauen wir mal, wo wir noch hin können. Ah, wir können bei dem in die Weste rein. Das ist schon mal sehr cool. Denn anders kommen wir hier nicht weg. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis er da hingeht. Oh, ich kann mich, glaube ich, bei mir kommen gerade so ein bisschen Erinnerungen an dieses Level. Ich glaube, da war irgendwas, wo ich lange gehangen bin. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, geht er die Treppe hoch. Oh, ja. Äh. Okay, was haben wir denn da? Da liegt einer drin. Oh, das ist ja fies. Der liegt da drin und guckt da runter. Aber. Ich kann die Verriegelung öffnen und den runterfallen lassen. Das macht Spaß. Oh, das ist schön. Sehr gut. So. Wo können wir die denn jetzt verstecken lassen? Moment. Wenn ich das hier oben öffne, gehen dann beide Verriegelungen zurück? Oder? Okay. Es gehen beide rein. Alles klar. Aber ich kann das auf jeden Fall nutzen, um die Wachen da runterfallen zu lassen. Falls mir das irgendwas bringt. Ich glaube ja nicht. Ich denke mal, hier oben muss ich mich auch noch nicht umgucken. Ah. Ah, ich komme aber hier in die... Okay, ich komme so hier runter. Alles klar. Hm. Das ist natürlich nur die Frage. Wo kann ich mich verstecken? Ich kann Kommissar Joel jetzt natürlich zu der kugelsicheren Weste laufen lassen. Aber das wäre nicht so gut für seine Gesundheit. Hm. Beobachten wir doch erstmal und warten wir ab. Das ist das Beste, was wir jetzt tun können. Haben wir hier irgendwelche... Oh, was ist denn das? Eine leere Dose? Eine Schalltafel. Hm. Mit Platz unter der Treppe können die Wachmeister nicht einsehen. Hier werden sie ihn sicher nicht finden. Dieser Auto ist sicher. Okay. Das heißt, der geht gerade da hoch. Die andere ist auch oben. Das heißt, du rennst jetzt bitte mal da hin. Und da der Typ da... Oh, das war knapp. Was war das knapp? Leere Dose. Okay. Der eine Typ ist jetzt nur, glaube ich, da hochgelaufen. Ich sehe natürlich richtig viel. Genau, da oben ist er. Ähm. Ja. Ich benutze mal das Steuerkreuz. Ich muss ihn wahrscheinlich irgendwie da durch die Luke fallen lassen. Also erstmal Kommissar Jode hier hoch zur Dose bewegen. Und während der andere Wachmann nach links guckt. Und während der obere Wachmann da oben ist, dann muss ich den da runter fallen lassen, damit er unten ist. Und dann kann ich Kommissar Jode hochlaufen lassen. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt verstanden habt, wie meine Denkweise gerade ist. Aber wenn doch, dann... Ich werde es ja sehen, wenn nicht. Von daher... So, jetzt muss ich mal... Ja, ich hätte bei denen in die Weste reingesollt. Okay. Dann müssen wir halt nochmal warten. Abwarten und Tee trinken, sage ich da nur. Wie praktisch, dass ich auch schon wieder so einen Tee hier neben mir stehen habe. Ja, gut, warten wir mal ab. Haben die eigentlich genau denselben Rhythmus? Nee. Wenn da eine da oben... Ah, die sind ein bisschen... Die sind nicht ganz aufeinander angestimmt. Okay, komm mal her. So. Ah, das Problem ist... Ah, das ist ein Problem. Moment mal. Ich überlege gerade, wie ich das am besten jetzt anstelle, den da wegzukriegen. Weil ich kann ihn nicht zur Dose laufen lassen, weil ich ja erstmal das Ventil dann betätigen muss. Aber ich komme nicht an das Ventil dran, wenn hier der Typ nicht da unten ist. Das ist ein kleines Problem. Moment. Aber ich kann noch jetzt hier den runterfallen lassen, oder? Das geht doch, ne? So, und tschüss. Ist zwar gemein, aber das ist notwendig. Vielleicht kann ich den... Moment, vielleicht kann ich den hier hochklettern lassen zu dem Ventil oder zu dem Ventil da, wenn ich da rankomme. Okay, jetzt sind sie beide ungefähr auf demselben... Ja, das könnte klappen. Moment. Also zumindest kann ich somit beeinflussen, wann die wo sind. Ah, warte, der Ventil ist noch offen. Das soll grad nicht... Ah, der, der, der... Nein! Du solltest nicht da runterfallen. Ich glaube, ich hab grad irgendwas anderes geöffnet. Ich hoffe, das hat jetzt die Aufnahme nicht beeinflusst. Eventuell habt ihr einen kleinen Sprung drin. Ähm, aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Ja, jetzt muss er noch mal runterfallen. Oder? Äh, lasst mich überlegen. Lasst mich überlegen. Da, 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 da. Ja, ich glaub, so dürfte es hoffentlich ganz in Ordnung. Moment mal. Hm. Ja, das sah sehr zum Aus. Ich mach das mal zu. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sie sich bewegen. Ich glaub, der untere ist ein bisschen... Geht nicht so weit und geht dann wieder zurück. Während der obere ziemlich weit nach links geht. So, der muss jetzt... Genau, der kommt schon wieder zurück. Äh, warten wir erstmal ab, bis er wieder nach links geht. Ich muss jetzt beide mal so ein bisschen den Blick behalten. Wenn er nach links geht, ich mach schon mal die Verriegelung hier auf. So. Du... Ach, der kommt schon wieder zurück. Egal, versuchen wir es. Ich tu mal... Oh, wobei. Das ist alles grad irgendwie ein bisschen doof. Ruf mir mal, Jode. Ob der da hinkommt? Ich weiß es ja nicht. Jawohl, jawohl, jawohl. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Während der Typ da runtergefallen ist. Oh, war das knapp. Ich glaub, ich hab sehr lange gebraucht, als ich das das erste Mal gespielt hab, um das zu schaffen, da durchzukommen. So, Jode, kannst du dich jetzt hier irgendwie hinrollen? Äh, nein, kein Trick. Geh mal da hin. Ein Rollmops. Ja, sehr schön. Gut. Ich frag mich, ob er da noch weiter lang kann. Ich muss mal warten, bis der Wachtmeister hier oben... Oder warte mal, Moment. Moment mal. Ich kann den doch jetzt bestimmt wieder da runterfallen lassen. Und während er da runterfällt, kann Jode hochklettern, oder? Probieren wir das doch mal aus. Genau, geh da hoch. Geh zum Mülleimer, bitte. Okay, da kommt Jode nicht hin. Zur Toilette. Da kann er hin. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Wenn ich mich jetzt bewege, falle ich. Können sie die Verriegelung schließen. Oh Gott. Ah, 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 ah. Dieses Timing. Dieses Timing. Sobald er sich umdreht, dürfte der Jode sehen. Ja, komm. Jode, geh da weg. Geh da weg, du Blödmann. Geh weg. Nein, 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 nein. Ah. Verdammt. Genau, jetzt wird er schossen. Blah. Ah, wir sind so weit gekommen. Wir waren schon so nah dran. Genau. Sobald wir so weit sind, können wir uns rausschleichen oder wegrennen. Den Weg überlasse ich Ihnen. Ich, oh, ich habe die falsche Stimme. Ich habe es vielleicht schon erwähnt, aber ich kann so ziemlich überall hin. Nein, hast du nicht erwähnt, aber du hast es gezeigt. Okay, wo sind wir denn? Wir sind unter der Treppe. Das ist schon mal relativ gut. Jetzt ist der Wachmeister natürlich da oben. Ach nee, der kommt gerade runter. Okay, wunderbar. Das ist genau das, was wir brauchen. So, wir gehen erst mal in die Weste rein. Und ich trinke dir aber noch einen Schluck. Du sollst nicht runter. Ach, du gehst drauf. Okay, das war nicht so ganz ersichtlich. Aber ich trinke doch keinen Schluck Tee, sonst kriege ich das mit dem Timing wieder nicht hin. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Lass mich überlegen. Okay, wir lassen ihn erst mal nach links gehen. Genau, geh du da mal weg. Du stehst jetzt drauf und du sollst da weggehen. So, jetzt, ich bin noch da drin. Dann mache ich das mal auf. Und, also wir haben ja gerade eben gesehen, wenn der runterfällt, dann sieht der Jode auf jeden Fall nicht. Das heißt, wenn wir da drin sind, jetzt können wir Jode rufen und er müsste eigentlich da hochklettern können. Gut, dass ich sich so lautlos bewegen kann. So. Du kannst gerne da runterfallen. Genau, jetzt müssen wir uns ein wenig beeilen. Ich glaube, ich warte nochmal ab, bis der Typ wieder hochgeklettert ist und runterfällt. Dann habe ich nämlich mehr Zeit, als wenn ich das jetzt irgendwie schnell mache. Komm du mal hier hin. Und dann würde ich das Ding nochmal öffnen. So. Genau. Ja, wir brauchen ein bisschen nochmal hochzukommen. Ich muss mich einfach nur beeilen. Dann dürfte das eigentlich funktionieren. Also ich hoffe es zumindest. Genau, fall runter. So, ah, doost. Jetzt kommst du bitte hier hoch. Na, Maus, reagier bitte. Ach, das dauert eigentlich zu lange. Ja, wenn du mich jetzt bewegst, dann fällst du runter. Ist klar. Warum bewegst du dich auch nicht? Jetzt komm, 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 Ghost. Geh. Das wird wieder nicht klappen. Das wird doch wieder nicht klappen. Geh da hin, geh da hin, geh da hin. Aber von hier aus komme ich nicht. Ne, das bringt nichts. Hm. Also ich kann die Klappe eventuell nochmal öffnen. Aber das bringt, glaube ich, nichts. Wenn er sich da hochguckt, sieht er ihn. Ja, nee, das, das, irgendwas muss ich noch machen. Ich muss wahrscheinlich den Wachmann nutzen, um da oben irgendwie noch nach links zu kommen. Wir sind so weit gekommen. Wir waren schon so nah dran. Genau. Sobald wir bla bla bla, das kennen wir alles schon. Aber ich will das jetzt schaffen. Trickzeit. Los, los, los. So. Der müsste jetzt erstmal da runter. Ja, das bringt auch nichts. Also so wie wir da hochgehen, ist es, glaube ich, schon richtig, wie wir da hochgehen müssen. Über die Treppe kommen wir nicht vernünftig. Ja, ah, nicht trick. Ich verwechsel die Buttons ein bisschen so. Kugelsichere Weste. Dann schauen wir uns doch mal an, wo wir hinkommen, wenn du weiter nach links gehst, mein Freund. Moment, erstmal, erstmal lassen wir aber Jode hier reingehen. Und dann gehen wir weiter nach links. Vielleicht können wir dann ja irgendwas machen. Aber wenn Jode schon mal hier oben drin ist, dann hilft uns das mit Sicherheit schon weiter. Dann hängen wir zumindest nicht mehr unter der Treppe fest. Genau, gehen wir mal weiter. Wir machen das auf. Wundert mich eigentlich, dass sie das nicht hören, die Wachleute. Aber nun gut. Und vielleicht bedeckt das Wachsichtgerät, äh, Nachtsichtgerät die Ohren. Und hopp, rein da. Nein, nicht fallen, nicht fallen. Wenn ich das jetzt zumache. Ich kann das jetzt nicht schießen. Jemand fällt geradehin durch. Lass sie sich auch nicht wundern, dass das dann mal offen ist und mal geschlossen ist. Und dass er es auch nicht sieht. Das heißt, also wenn er da lang geht, dann müsst ihr doch eigentlich sehen, dass die Bodenklappe offen ist, oder? Naja, egal. Wir gehen erstmal da hoch. Oder lassen Jode erstmal da zu diesem Ventil rollen. Ja, nicht Trick. Ich fahre wirklich die Buttons immer. So. Und jetzt können wir doch bestimmt in den Typen rein. Also, äh, in die kugelsichere Weste von dem Typen. So. Na komm. Dann zeig uns mal, wo du uns hinbringen kannst. Ja. In die Koje. Das ist jetzt natürlich die Frage. Kannst du zu der... Ja, er kann da hinrollen. Das ist des Rätsels Lösung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir den irgendwie noch wegkriegen, ja? Bewegst du dich? Oder bleibst du da stehen? Okay, du bleibst da stehen. Das heißt, wir müssen dich irgendwie ablenken. Wir können doch bestimmt irgendwie hier Lärm machen. Das ist doch Instrument, oder? Genau. Spielen wir mal die Trommel. Genau. Guck nach. Guck nach. Bleib auf der Verriegelung stehen. Genau. Auf dem Tor. Und auf Wiedersehen. Und tschüss. Es macht Spaß. Es ist voll gemein, aber es macht Spaß. So. Der steht jetzt da. Oh, das will ich nicht wagen. Nein, ich muss erst warten, bis der zurück ist. Zurückgegangen. Oder kommt der da unten, ne? Wo ist eine andere? Okay, der geht zurück. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass die Klappe hier nicht mehr offen ist. Die hätte ich vielleicht aufmachen sollen. Ah, ich bin so doof. Die hätte ich aufmachen sollen. Weil dann kommen die nämlich nicht mehr zurück. Genau, Moment. Das versuche ich mal eben. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Das müsste nämlich gehen. Wenn der Wachmann nämlich auf der linken Seite ist. Das dürfte der Falsche sein. Und das ist, oder? Ist das der Richtige? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. So, warum seht ihr nicht, dass da ein Loch ist? Naja, da fällt er. Aber das ist egal. Ich bleibe jetzt einfach hier drin. Ich bin doch in dem drin, oder? Ja. Genau. Und lasse mich erst mal wieder da hochtragen. Und sobald er links von der einen Falltür ist, mache ich die auf. Dann sind die nämlich hier unten gefangen und können nicht mehr hoch. Und damit kann ich dann Jode in aller Ruhe in Sicherheit bringen. Also zumindest, wir haben hier unten den hier unten patrouilliert. Und zwei, die oben patrouillieren. Das heißt, Jode meinte ja, ein Wachmann ist noch übrig. Das heißt, irgendwo müsste noch einer sein. Ich bin mir nicht sicher, wo. Nee, das ist noch zu früh. Das ist richtig. So. Öffnen wir die Verriegelung. Trick, trick, trick. Ghost. Okay, Gott sei Dank. So, das meinte ich nämlich jetzt. Jetzt geht er nämlich wieder nach links. Der fällt runter. Und hier kann ich wieder in die andere Kerne rein. Jetzt muss ich nur warten, bis er wieder runterfällt. Und dann, ach Quatsch, mit dir wollte ich gar nicht sprechen. Kommt er nämlich nicht mehr hin, weil die andere Klappe offen ist. So. Wunderbar. Alles klar. Gut, Jode. Na, wobei, bevor du hochkommst. Na, was war jetzt los? Äh. Kommst du hier hoch zur E-Gitarre? Ja, sehr gut. Sehr sportlich, der Mann. Und das, obwohl er so lange im Gefängnis war. Ja, natürlich kann ich die Verriegelung schließen für dich. So. Jetzt muss ich auch keine Angst mehr haben, dass von rechts jemand kommt. Hm. Geh doch mal zur Koje. Nun, was meinen sie? Ich würde sagen, wenn wir sie so... Äh, wenn wir so weit sind, haben wir es geschafft. Gut gemacht, Zissl. Yay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Der Generator im Keller ist repariert. Stromversorgung wird wieder hergestellt. Na, das ist nicht so gut. Ja, los. Renn, 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 renn. Oh, oh. Da oben war schon wieder einer. Puh, wir haben es gerade so geschafft. Aber die Frage lautet, was nun? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Vielleicht gehe ich wieder in meine Zelle zurück. Äh, nein. Sie machen Scherze, oder? Ich bin immer noch ein verurteilter Verbrecher. Ich glaube kaum, dass mich jemand mit offenen Armen empfingt. Hm, warum wenden Sie sich nicht an Lynn? Sie ist gerade auf dem Weg zu einem... zu so einem Justizminister-Typen. Ich soll mich als entflohener Sträfling erstmal beim Justizminister vorstellen. Hm, irgendwie mag ich die Idee. Nach all dem Ärger, den ich Ihnen bereitet habe, sollte ich jetzt lieber rennen. Ja, das wäre schön. In Ordnung, Sissi. Bis zum nächsten Mal. Ja, komm, hau ab. Genau, sehr gut. Boah. Jetzt habe ich also das Leben meines verurteilten Sträflings gerettet und ihm zur Flucht verholfen. War es richtig, dies zu tun? Ich schätze, ich muss Lynn einfach vertrauen. Kommissar Jode hat in seiner Zelle ein Bild von mir gemalt. Er kennt mich. Ich denke, ich werde ihn schon bald wieder treffen. Das käme ich damit schon vor Trickzeit. Okay, es ist noch nicht vorbei. Ich dachte schon. Das wäre irgendwie sehr kurz gewesen. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder ins Telefon. Dann kann ich irgendwie zumindest hier weg. So, na nun, Moment. Ich möchte erst lesen, was er da labern möchte. Nicht als eine leere Zelle. Hier zu bleiben wäre sinnlos. Ich sollte lieber mit dem Haustier von nach oben zurückkehren. Das war sowieso mein Plan, lieber Sizzle. Ich finde es mysteriös, dass die im Gefängnis keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen haben. Oder zumindest nehmen Sizzle und Jode das einfach an, dass er jetzt einfach wegrennen kann. Na ja, gehen wir mal in den Wachraum, weil das ist das Tor zur Außenwelt. Die nächste Begegnung mit Kommissar Jode kommt noch schneller, als ich dachte. Als ich den Wachraum betrete, kommt bereits der nächste schicksalsschwere Anruf. Oh oh. Er ist wieder am Tanzen. Sehr cool. Hallo, hier. Hallo, hier ist. Sizzle, sind Sie da? Hallo, wer ist da? Oh, ich spreche nicht mit Ihnen, Wachtmeister. Jedenfalls, Sizzle, falls Sie da sind, kommen Sie schnell her. Ich warte nur auf Sie. Zumindest, falls Sie es rechtzeitig schaffen. Der ist echt intelligent, der Jode. Hey, warten Sie. Gut, gut. Nachverfolgt. Dann gehen wir doch mal direkt da hin. KMR32 blabla, sagt denn er noch. Dieser Anruf, wer war das? Keine Ahnung, ein komischer Anruf. Aber wer ruft jetzt noch zum Ende meines Tanzes auf? Nun ja, wenn du einmal so losgelegt hast, wäre ich dich nicht aufhalten. Wolltest du das nicht aufnehmen überhaupt? Dann ist es ein Wettstreit. Wärst was Ende zuerst, mein Tanz oder die Welt? Hm, ich nehme das gerade hier am 21.12. auf, da wo eigentlich die Welt untergehen soll. Irgendwie passt das jetzt wunderbar. Also laut dem Maya-Kalender. Angeblich. Das werden wir ja sehen. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Welt nicht untergegangen, weil das werde ich garantiert nicht mehr am 21. hochladen. Ja, viel Erfolg dabei. Naja. Wieder da abgehen. Das ist cool. Hm. Ich schätze, ich beherrsche diesen Tanz inzwischen auch. Aber ich sorge mich mehr um die Nachricht des Kommissars. Ich sollte lieber schnell dorthin gehen. Da ist das neue Gang im Style. Vielleicht sollte ich das auch mal tanzen und dann hochladen. Wobei, ich glaube nicht, möchte jemand tanzen sehen. Egal, wir gehen jetzt mal. Vielleicht mag das ja einer von euch tanzen und dann als Videoantwort hochladen. Das finde ich sehr cool. So, wir wollen, wo wollen wir denn hin? Wir wollen ganz drunten zum KMR. Zu der seltsamen Telefonhochzelle, wo Kommissar Jode draußen auf uns wartet. Das dürfte ja nicht so weit entfernt sein. Uh, ein Vollmond. Die Situation, die mich am anderen Ende der Leitung erwartest, sagt mir eines ganz deutlich. Oh, die Musik ist cool. Uh oh, da ist ja Carvanela. Unser toller Fluchtplan ist fehlgeschlagen. Ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen, Carvanela. Das sollte wohl eher ich sagen, mein alter Freund. Was machst du hier? Auch das gehört wohl eher zu den Dingen, die ich sagen sollte. Ich bin gekommen, um deine Hinrichtung zu sehen. Man sagte mir, wann sie ist. Konnte nicht in die Kammer, daher habe ich hier eine Schweigeminute eingelegt. Und als ich mit Tränen in den Augen aufblickte, sah ich dich, Baby. So haben sie Dinge sich entwickelt. Ich nahm Teil an etwas, das wie ein lustiges Spiel zu sein schien. Und hier bin ich nun. Ich wünsche mir nur eines, alter Freund. Ich wünschte, es wäre nicht ich, der dich hier findet. Denn jetzt, da ich dich gefunden habe, mein, muss ich dich ausliefern. Schließlich muss deine Weste weiß bleiben. Anscheinend kennen die sich und sind alte Freunde. Wir können nichts anderes machen, als mit Jode reden, also machen wir das auch mal. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wollte mich verabschieden. Wie Sie sehen, bin ich Ihnen keine große Hilfe. Was passiert jetzt mit Ihnen? Heute steht nicht wirklich viel außer meiner Hinrichtung in meinem Timmy Kalender. Hinrichtung, ja? Der Tod ist für mich bedeutungslos. Jedenfalls werden wir uns sicher wiedersehen. Übrigens, ich bin auf der Suche nach etwas. Oh, stimmt. Sie haben hier Ihr Gedächtnis verloren. Sie wissen etwas, das ich gerne wissen würde. Darf ich Sie etwas fragen? Als Gegenleistung für unser kleines Spiel heute Abend, richtig? Fragen wir mal über uns mit etwas nach. Ich habe es gesehen, wissen Sie? Das Bild, das Sie heute Abend in Ihrer Zelle gemalt haben. Das war ich. Sie müssen mich also kennen. Es tut mir sehr leid, aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Was? Warum nicht? Weil ich Ihr wahres Gesicht nicht kenne. Mein wahres Gesicht? Ich bin Kommissar. Ich kann nur von Dingen sprechen, die ich sicher weiß. Jedoch kann ich Ihnen wenigstens eine Spur geben. Eine Spur? Welche? Vor langer Zeit habe ich Lynn etwas gegeben, auf das ich für mich aufpassen sollte. Eine Spieldose. Und ja, die Spieldose haben wir ja schon gesehen. Die haben wir ja der kleinen Kamila vor die Füße geworfen, weil sie sie suchen sollte. Wenn Sie die je finden, sollten Sie diese öffnen. Vielleicht bringt das Ihr Gedächtnis auf Trab. Die Holzkisse, die ich in Lins Wohnung gefunden habe. Das ist die einzige Hilfe, die ich Ihnen jetzt geben kann. Okay, dann fragen wir mal über Cabanela. Die scheinen sich ja zu kennen. Der Mann, der gerade eine Waffe auf Sie richtet. Man sagt, er sei Ihr guter Freund. Das waren wir, als wir beide Kommissare waren. Das ist lange her. Jetzt ist er der Leiter der Sonderkommission. Die Spitze der Elite. Er denkt nur noch an seine Karriere. Und der weiße Mantel ist ein Symbol seiner Entschlossenheit. Der weiße Mantel? Was fürchtet jemand, der ganz nach oben will am meisten? Einen Makel in seiner Akte. Wie ein Fleck auf einem reinen weißen Mantel. Wer würde schon jemanden mit einem fleckigen Mantel befördern? Ich würde mir einen schwarzen Mantel zulegen, auf dem man keine Flecken sieht. Die Welt ist voller Spitzenkandidaten. Ein kleiner Fehler kann das Ende der Karriere bedeuten. Aber jeder macht mal Fehler, oder? Cabanela hat sich jedenfalls für den Weg des weißen Mantels entschieden. Und er würde alles tun. Wirklich alles. Um die Schatten seines Mantels zu verbergen. Wie zum Beispiel einen guten Freund aus Schafott zu schicken. Aber es ist das Richtige. Ich bin ein verurteilter Verbrecher. Und darum richtet er gerade die Pistole auf mich. Ah, okay. Sehr interessant. Ob er da wohl irgendwie rauskommen kann, wenn Cabanela wirklich so entschlossen ist? Und ich frage mich, was er mit den Schatten seines Mantels meinte. Naja. Fragen wir ihn nochmal über die Hinrichtung. Und dann dürften wir alle Themen erschöpft haben. Ist ihre Hinrichtung wirklich das Richtige? Ich hatte einen fairen Prozess. Und so wurde entschieden. Alles kein Problem. Aber trotzdem. Dies ist die Strafe, die ich erhalten soll. Um den Fall abzuschließen und für immer zu den Akten zu legen. Lynn glaubt, dass sie unschuldig sind. Sie versucht es zu beweisen. Wollen sie sie einfach mit alles kein Problem zurücklassen? Ich wurde zum Tode verurteilt, weil ich meine Frau Alma getötet habe. Das ist aber noch nicht alles. Für mich jedenfalls. Was meinen Sie mit, das ist aber nicht alles? Ich rede von etwas, was noch vor dem Mord passierte. Ich habe jemand anderem das Leben geraubt. Was? Okay. Es wird alles irgendwie immer mysteriöser. Aber ich mag das an diesem Spiel. Die Atmosphäre wird einfach total dicht und immer dichter gegen Ende hin. Der andere Mord. Das war vor zehn Jahren. Ich werde es nie vergessen. Damals habe ich einem kleinen Mädchen das Leben gerettet. Und einem Mann seins genommen. Vor zehn Jahren. Das Leben meines kleinen Mädchens. Ist das kleine Mädchen etwa Lynn? Sie hat Ihnen davon erzählt? Ja. Sie sagte, Sie wären Ihr Held. Beruhigen Sie sich. Legen Sie die Waffe weg. Zurück. Wenn Sie näher kommen, erschieße ich Sie. Okay. Das scheint jetzt vor zehn Jahren zu sein. Vor zehn. Genau. Vor zehn Jahren wurde ein kleines. Warte mal. Falsche Stimme. Vor zehn Jahren wurde ein kleines Mädchen in einem gewissen Park zur Geisel. Ich war noch jung. Ich hatte keine Selbstbeherrschung. Ich erinnere mich, wie ich mich selbst fragte. Jude, wirst du auf diesen Typen schießen? Meine Antwort war. Ja. Ich werde schießen. Meine Hand zitterte. Wenn sie abrutschte, könnte der Mann sterben. Auch das kleine Mädchen war in Gefahr. Dennoch war meine Antwort. Ja. Ich werde schießen. Und der Mann starb. Ich nahm ihm sein Leben. Niemand hat Lynn gesagt, was geschehen ist. Sie war noch so jung. Ich verdiene es nicht, dass man mich Held nennt. Was ich verdiene, ist eine Hinrichtung. Der scheint aber ziemlich starke Prinzipien zu verfolgen. Wenn er sich selbst wirklich die Hinrichtung wünscht. Wenn er wirklich sagt, dass er die verdient hat. Ich denke mal, deswegen wird er auch nicht fliehen. Bereit? Meine Arme werden langsam lahm. Alles klar, Baby. Es ist Zeit für die große Show deiner Eingebuchtetwerdung. Oh, richtig. Lass mich nur noch einmal telefonieren. Das ist dein großer Gefallen, den du da so leichtfertigt forderst, mein alter Freund. Ich sag dir was. Ich mache. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Aber lauschen werde ich. Klar. Aber das ist gut. Jode hilft uns sogar noch, obwohl er jetzt wieder eingebuchtet wird. Das ist schön. Wahrscheinlich möchte er auch, dass das alles aufgeklärt wird. Aber schauen wir mal. Cecil, Sie müssen Ihrem eigenen Weg folgen. Schnell. Meinem eigenen Weg? Lynn ist gerade im Büro des Justizministers, oder? Vielleicht sollte ich ihm auch endgültig auf Wiedersehen sagen. Sehr gut. Aber da ist sie ja. Hallo? Hier ist alles okay. Er sagt nichts. Okay. Ist das das Hühnchenparadies? Ich würde gerne etwas bestellen. Ähm. Das Hühnchenparadies ist eben an. Wiederhören. Okay. Irgendwas scheint hervorgefallen zu sein. Sonst wäre Lynn nicht so seltsam drauf. Aber zumindest haben wir jetzt die Nummer. Hm. Klingt, als wäre sie irgendwie in Schwierigkeiten. Klingt wirklich so. Helfen Sie bitte. Ja, Cecil. Tut mir leid, dass ich dich habe. Warten lassen, Inspektor. Bereit? Oh, bevor ich es vergesse. Ich habe etwas für dich. Oh, was hat er denn für ihn? Eine Taschenuhr. Sehr cool. Ich stehe auf solche alten Uhren. Das ist cool. Also nicht, dass ich selber eine haben würde oder wollte, aber ich finde sie cool. Ein Geschenk sozusagen. Unvergleichlich, Baby. Wenn es unvergleichlich ist, dann würf es auch nicht. Was ist das? Eine Taschenuhr? In meiner Lage ist das wirklich das allerletzte, was ich brauche. Verzeihung, Mann. Ich bin wohl nicht so gut im Aussuchen von Geschenken. Das war's, Cecil. Lassen Sie mich Ihnen einen letzten Rat geben. Vertrauen Sie den Erinnerungen anderer Leute nicht. Suchen Sie jetzt hier mit eigenen Augen. Ich werde es mir merken. Aber so wie er das sagt, das klingt so, als würde er wirklich noch mehr wissen. Aber das werden wir sicher noch herausfinden. Hoffe ich zumindest. Auf Wiedersehen, Jode. Wir werden uns garantiert wiedersehen. So. Sie sind weg. Hier gibt es nichts mehr. Keine Hoffnung. Und auch keine Kerne. Ohne Kerne kann ich Ihnen nicht folgen. Das ist das Ende meines Abenteuers. Ich bin ziemlich niedergeschlagen, aber ich sollte Lynn suchen. Ich gehe den Weg, den Kommissar Jode mir gezeigt hat, zum Büro des Justizministers, wo Lynn versucht, die Hinrichtung aufzuhalten. Okay. Ja, und damit wäre das Kapitel zu Ende. Also es scheint mir, dass wirklich das eine Kapitel so lang war. Denn das Kapitel, also Kapitel 9 haben wir nicht so lange gebraucht. Also 40 Minuten. Kapitel 10 jetzt auch nicht so viel. Das finde ich ganz gut. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr bleibt weiter dran. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.